Hallo und herzlich willkommen zu Skywys Minecraft Survival Folg 335 Und wir haben letztes Mal etwas kürzere Folg gemacht und vielleicht wieder etwas längere Mal schauen Also wir haben etwas weiter über den Budget Könnte ich wieder mal weiter machen Mal schauen, wie lange es geht, bis wir hier kommen Ob das Lava oder Wasser kommt Schöne Musik kommt auch Jetzt habe ich die Fackeln nicht mehr in der Hand Hm, da ist ja die Lava schon Die ist aber nur heisst tief Aha Oh So, ich fraß doch da gar nicht hin Kommt doch Äh Mhm fijne Dann gehen wir wieder an. Ja. Ja, gehen wir da etwas oben drüber. Das ist nicht so gut. Und nochmal hier unten weiter. Gut. Da ist aber ein Vögelblubber da. Die Höhe haben wir glaube ich wieder, oder? Zwei hoch, ja. Zwei runter. Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, eins. Was ist das da für eine Höhle? Sind wir da schon oben gewesen? Ah, wir sind mal da oben. Da oben angekommen. Okay. Und jetzt kommt der Platz für eine Schlüssel. Er ist gleich auf die Schlüssel. EIN insekt, die Schlüssel, sind normal zu vertremen. Das ist sicher. Das ist nicht sicher. Ja, ich schaue. Jetzt ist es dein Fisch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Es gibt aber viele Ressourcen hier. Sehr viele, sogar verschiedene. Es gibt einige verschiedene Stiche. Jetzt wird es langsam läuten. Ein bisschen aufpassen mit Graben. Sehr gut. Ich möchte noch etwas weiter schauen. Jetzt ist es fertig. Das ist noch ein bisschen. Peace. Gut. Gut. Das haben wir. Gut. 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 Okay. 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 Okay.